Bei Temperaturen um die 30 Grad kommen nicht nur wir ins Schwitzen, sondern auch unsere Zoobesucher. Damit sie die Hitze auch gut überstehen, gibt es jetzt ein neues Sommer-Event mit vielen tollen Dekorationen in MyFreeZoo. Durch das Aufstellen von Sommerdeko kannst du Eiskugeln sammeln. Es gibt eine Strandoase, Mauerteile, Strandliegen, Sonnenschirme, einen Pool, Verkaufsstände und noch vieles mehr. Wenn du genug Kugeln gesammelt hast, kannst du einen Pekari, einen Löffelhund, einen zweiten Pekari zum Züchten, einen Goldbooster und einen weiteren Löffelhund bekommen. Der Löffelhund ist in der afrikanischen Savanne zu Hause. Ihm machen die hohen Temperaturen also nichts aus. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch weitere Videos zu MyFreeZoo. Drücke den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, klicke auf den mittleren Knopf. Um kein Video mehr zu verpassen, drücke den rechten Knopf.